Kaffee kochen oder abwaschen? Ein Einzelgespräch? Nicht mit mir. Meine Freunde, die machen dann oft Überstunden, kommen spät nach Hause. Wie bitte? Möchte ich nicht, mache ich nicht. Nicht mit mir! Sie hatten nicht genug Aufgaben, sie hatten keine klaren Ansprechpartner. Geht's noch? Wie bitte? Sie fahren mit ihrem privaten PKW zur Baustelle. Lass mal stecken. An meinem ersten Tag bei Sango Bar habe ich mich richtig willkommen gefühlt. Läuft. In der Glasschule erfahre ich alles über Werkzeuge und Maschinen. So machen wir das. Jawoll. Meine Arbeitszeiten sind echt klasse und flexibel. Wahnsinn! Das Team hat mich super integriert. So muss das sein. Genau so habe ich mir das vorgestellt. Am liebsten habe ich den Kundenkontakt. Ich fand's richtig gut. Echt beeindruckend.